Jetzt kommen wir wieder zurück nach Shangri-La. Endlich! Hoffentlich kriegen wir jetzt auch unseren weißen Teenico wieder. Nach dem der Das ist ein schwerer Weg. Die Frau hat mir einen Geist gegeben. Ich habe mich auf die Schengri-La. Ich habe einen Schengri-La und die Kille. Ich habe einen Schengri-La hat mich auf die Schengri-La. Denkst du denn? Ich habe einen schönen Weg mit dem Rakshan. Ich habe einen Schengri-La. Ich habe einen Schengri-La. Ich habe einen Schengri-La. Ich habe einen Schengri-La. Doch, da gibt es auch, dass wir unseren Tiger wieder gehen, da oben. Steht doch mal vorhin. Komm, ab Feuer. Was ist hier und weg? Ja. Okay, ist die Zeit angehalten worden scheinbar. Ah, der Bogen kann die Zeit anhalten. Auch nicht schlecht. Halte L2 und R2, um die Zeit zu verlangsamen. Die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Die Anzeige füllt sich automatisch... Wollen wir doch mal versuchen, wie das gleich funktioniert, wenn ihr uns der erste Gegner begegnet. Da unten, da sind sie wieder dran. Ach so. Okay. Ich schicke mir immer noch den Tiger. Nein, jetzt haben wir ihn nicht gesehen. Ah, nein. Nicht gut. Nicht gut. Ich habe erst nicht vergessen, wie ich den Tiger noch mal freien konnte. Ich muss den Tiger auch mal reißen. Oh. Ach dieser Tiger ist tot. Ich muss ihn abzudeln. Der ist unbesch투ungs окном Fight. Junge, 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 Junge. Das schöne ist ja der Bogen, wie die Pfeile wirklich mal richtig geradeaus. Wo ist der denn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da war er doch weiter. Ja, Tiger. Wir kommen hier schon noch vorwärts. Zwar langsam, aber wir kommen vorwärts. Nee, oben war keiner mehr. Ah, nein. Wind. Leben! Ja. Hier gibt es Blutfälle, es sind keine Wasserfälle, bis Blut entströmen da runter fließen. Ah, da sind wir doch schon mal richtig, das sieht doch schon mal gut aus. Und ab in die nächste Ebene. Wir laden ab. Wo ist der letzte? Ich sehe den letzten nicht. Ach, da oben kommen wir jetzt. Oh, das war knapp. Ach, geht's. Geht halt langsam doch keine Pasch. Moment. Schnell, den Krieger helfen. Kann ich mich hier eigentlich auch? Ach, hier kann ich mich auch heilen. Das sind ja mal Pfeile. Äh, getroffen. Wo ist die letzte? Da oben steht noch irgendwo einer. Kann ich nur gerade im Moment noch nicht lehnen. Ach, komm schon. Die haben auch hässliche Fressen. Ja, der wäre getroffen. Kann ich hier erstmal heilen. So. So, wie wir da hochkommen, weiß ich immer noch nicht. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Da läuft doch schon wieder einer, der ist gepüscht. Der hat doch genau gesehen. So. Einer nach dem anderen. Komm. Ah, da kommt schon wieder der nächste. Ja. Die, wo bist du eigentlich? Hast du keinen Bock mehr mitzukommen oder was? Lässt mich hier irgendwie schwer hängen. Ach ja, nach oben geht es hier weiter. Ja, das sieht gut aus. So. Mal ein bisschen angedeutet. Können wir jetzt echt schon weiter durchgehen? So wie es scheint. So wie es scheint. Im letzten Mal muss man nämlich erstmal zwei, dreimal drehen. Und zwei, drei Unterschiede nicht drehen. So eher gesagt. So. 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 now. So. 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 Na kein Schleiß So, einmal Warte, zweimal Ah Warum muss der denn zweimal getroffen werden? Oh, das klappt ja wenigstens noch Okay, da drüben müssen wir weiter Einmal Nein, nein, lad schneller nach Die Ticket, um wir wissen, wie ganz gut Fogen Leute immer nie Einmal treffen So Dann gehen wir jetzt einfach meinen Nacken ab mit dem Weil dann kann der gar nichts mehr machen So Weil das ist ja wieder spannend Aber Eigentlich müssten wir Wir mussten doch in die andere Richtung Irgendwie sind wir hier falsch, habe ich so das Gefühl Wir sind hier nämlich vollkommen falsch Geh doch da rüber Wie mach ich denn hier Hier lang müssen wir doch Ja, Hauptsache ich lauf da hinten mal zurück Und lauf mal mega den Umweg Kann man ja mal machen Ja 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 Bei mir ist das Und da haben wir dann gar nichts guten Komm Der wird schon danach Was sind das denn für Viecher Ich habe mich über die Leute gesehen, dass die Leute die Menschen verletzten. Ah, da war auch einer. So, das waren sie hoffentlich schon alle. Wollen wir mal die Seilrutsche benutzen, wie der Ziege da auch immer lang kommen möchte. Dann. Ach, wenn ich sie am Kopf greffe, dann sind sie sofort weg. Digga, ich stehe mir doch nicht ernst mit dem Weg. Oh Gott, die sind im Nacken ein bisschen weniger wert. Äh, dass die sich im Techno werden können. Weiß ich. Mit denen habe ich natürlich überhaupt nicht richtig gehabt. Was ist jetzt natürlich am Samstag? Nein. Ich weiß nur, dass ich gerade ein bisschen Tiger wiederlebe. Ich zeig mir dir. Ich zeig mir dir. Eilin. Verdammt, verdammt. Ich danke dir! Ich danke dir! Wir lesen nur mal eine kurze Zeit Bishop holen aufmerksam. Unso kurz seid ihr ja wieder hier rum. Umso würde ich jetzt wiederum reden. Dann gehts nicht. Und dann gehts nicht. Ah, ich weiß nicht, wie jetzt hier gerade einer ran sieht Wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn? Die müssen doch mal erledigen können so Der wird ja schon mal weg Der wird ja schon mal weg Komm, weg und hier Mal ein bisschen konzentriert und Körst du? Komm, weg und hier Komm, weg und hier Jalo Gang in R.V.I.L.G. Jalo Gang! Jalo Gang! Komm in Kion und R.V.I.L.G. Jalo Gang! Jalo Gang! Jalo Gang! Jalo Gang! Jalo Gang! Jetzt geht aber auch noch weiter. Tut mir leid, dass gerade eine kleine Unterbrechung war. Aber ich muss sofort noch was anderes gucken. Jalo Gang! Jalo Gang! Ich kann auch nicht mehr zu schnell sein hier. So, jetzt haben wir hier die Klocke endlich. Ja! Ja, eigentlich können wir die Friedenskloppe läuten. Ja! 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 Jetzt können wir auch endlich mal auf... Ähm... Da... Die Fähigkeit erlernen. Dass wir jetzt auch länger Luft anhalten können. Das macht es jetzt auch wesentlich einfacher. Wenn wir jetzt mal... Ähm... Ja! 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 Ja!